Sie bewerben sich dieses Mal für die Komma oder für den Senat? Für den Senat. Was hat Sie bewogen, dieses Unterfangen anzugehen? Also ich glaube, dass Südtirol eine politische Plattform braucht, die für alle hier lebenden Menschen offen ist. Über die Ethnien hinweg. Und dass dafür zwei Dinge notwendig sind. Der gegenseitige Respekt und die Wertschätzung der Verschiedenheiten. Und Südtirol ist ein Land der Verschiedenheiten. Gerade wenn wir das Klima, die Landschaft, die Dialekte, die Sprachen ansehen, dann ist die typische Eigenart Südtirol, die eben ein auf kleinem Raum konzentriertes Gebiet der Verschiedenheiten zu sein. Haben Sie eine Chance? Glauben Sie, dass Sie eine Chance haben gegen Ihren direkten Kandidaten? Also die Chance ist nicht sehr groß, weil einfach die Volkspartei eine sehr mächtige, sehr ortsansässige Partei ist. Aber es ist mir wichtig, einfach diese Botschaft zu vermitteln, dass Südtirol in Zukunft wesentlich in Brüssel oder über Südtirol in Brüssel entschieden wird. Und es eine Partei braucht, die vom Territorium Südtirol über den Staat bis nach Brüssel ihre Macht ausübt. Denn von hier aus kann man dann auch über die Zentrale in Rom in Brüssel intervenieren. Und wie reagieren die Menschen auf der Straße? Eigentlich kaum. Ich werde kaum angesprochen auf das Thema. Ich glaube, da ist einfach sehr viel Unsicherheit. Weil das einfach ungewohnt ist, dass jemand auf einer Liste kandidiert, die nicht ethisch ist. Und ich denke, dass die Demokratische Partei die einzige, neben den Grünen die einzige ist, aber auf nationaler Ebene agiert, die in Südtirol zweisprachig ist und auch ihre Internetseiten zweisprachig formuliert hat. Und ich glaube, dass der Trend dahin geht, dass man auch in der Volkspartei, denke ich, aber da möchte ich nicht vorlaut sein, sich allen hier lebenden Menschen öffnen muss. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.